Zum Mitschreiben, die Rente ist sicher. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfen. Man sagt, die Rente sei nicht sicher. Die Renten sind sicher. Klimaschutz, sichere Renten, keine Steuererhöhung. Da steht, das habt ihr doch mit Absicht gemacht. Da steht, die Rente ist sicher. Hurra! Die Rente sind sicher. Die Rente sind sicher. Zum Mitschreiben, die Rente ist sicher. Ja, so kannte ihn jeder. Ich will mitmachen, diese eiskalten Wirtschaftstypen in die Knie zu zwingen. Da will ich mitmachen. Wie meinen Sie das jetzt schon wieder? Die Rente ist sicher.